Monaco Deluxe heute in Furt. Ja, bei Auto Kunst Event. Eine Veranstaltung in einer Druckerei, ganz speziell. Wir schauen heute für euch hinter die Kulissen und berichten mit tollen Interviews. Lasst euch überraschen. Wir haben eine wunderschöne Einladung bekommen, heute von einer wunderbaren Agentur, von dem lieben Markus oder Sabine und von dem Tigo Tredo heute hier. Und da bin ich heute in Erding gewesen und dachten, wir fahren mal ein bisschen nach Landshut und gucken mir schöne Autos an. Neben der Musik sind unter anderem Autos, finde ich ganz klasse. Hallo, mein Name ist Lombardi, Hassel Lombardi. Ich bin der Gründer und Inhaber der Firma Crackers Company. Wir sind seit über 15 Jahren am Markt, verkaufen unsere Produkte, verschiedene Nüsse, Nussmischungen, Trockenfrüchte, Süßigkeiten und vieles mehr. Auf unserem Webshop, CrackersCompany.com, für Privatkunden unter .de, also .de. Und wir sind jetzt hier, wegen der Sinja, haben wir uns was ausgedacht mit verschiedenen Labels, das heißt ihr Kunstwerk nochmal auf die Gläser anzubringen. Hallo, ich bin die Sinja aus Rosenheim und wir sind heute beim Autokunst Event. Autos und Kunst passen super zusammen, finde ich. Viele Autos würde ich gerne malen, wie den Lottos hier zum Beispiel. Ja, und da haben wir uns gedacht, machen wir doch eine Veranstaltung zusammen. Ich male natürlich nicht jeden. Billy Idol habe ich zum Beispiel gemalt, weil er mich sehr stark beeinflusst hat damals. Die Musik ist einfach toll, ich liebe Rockmusik und er hat mich dahin geführt. Deswegen Billy Idol. Und bei anderen Künstlern bin ich teilweise fasziniert von ihrem Auftreten, von ihrem Aussehen oder auch von der Musik. Meine Bilder findet man natürlich auch auf Internet. Also entweder bei Facebook habe ich eine Seite Rockarts mit auf der C oder auf der Seite rockartsinternational.de. Ja, das war wieder eine Folge von Monaco Deluxe. Wie immer könnt ihr uns folgen bei Facebook, Twitter, Instagram. Ihr könnt uns natürlich auch abonnieren. Hat euch das Video gefallen? Daumen hoch und habt ihr Kommentare ab in die Comments. Viel Spaß mit unseren weiteren Videos. Hier seht ihr, welche es noch gibt. Bis bald bei Monaco Deluxe und Daumen hoch. Aufstehen, ja.